Fotos, die die ganze Welt verwirren. Teil 2. Als ich dieses Foto sah, explodierte mein Gehirn einfach vor absoluter Verwirrung. Auf dem Foto ist ein Sicherheitsbeamter ohne Kopf zu sehen. Aber die Antwort war sehr einfach. Der Wachmann schläft einfach, während sein Kopf nach hinten geneigt ist. Ich bin nicht der Einzige, der denkt, dass dieser Mann mit einem Wasserfahrzeug fährt. Aber in Wirklichkeit steht er still. Und dieser Effekt entsteht durch die Strömung des Wassers. Dieses Mädchen macht ein Selfie, während ihre Freundin links unsichtbar ist. Das hat keine Erklärung. Bitte erklären Sie, wie ist das möglich? Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, warum dieses Mädchen drei Hände hat. Aber in Wirklichkeit ist es nur die Reflexion der Hand eines anderen Mädchens. Es scheint, dass dieser Orang-Utan mit seinem Jungen spricht. Aber das ist nicht wahr. Gib das Telefon zurück.